Ich bin mordet, ich wippe mit meinem Stuhl und quietsche. Ich wippe nicht mit meinem Stuhl. Oder whatever du tust. Ich weiß, was du mit quietschen meinst. Mittlerweile. Ja, und was quietscht gerade? Was ist das? Ich habe einen Schreibtisch, ne? Der hat so eine ausziehbare... Ja, das hast du mir schon mal zweimal erzählt, ja. Für die Tastatur. Ja, genau. Und da ist mein Ding. Mein Fuß ist da drunter und ich wippe gerade mit meinem Fuß. Und dann quietscht es so. Ich habe bei mir ist kein quietschen. Ja, aber literally, it doesn't make a sound. At least I don't hear it. Du kannst das wahrscheinlich nicht hören wegen deinem Headset, aber ich höre das. Ich habe... Habe ich gerade Aufnahme an? Ja. Ich kann es dir gleich mal zeigen. Oder vorspielen. Dann hörst du das. Ja, genau. Jetzt quietsch ist wieder. Ah, jetzt habe ich es gehört. Als ich das Game minimiert habe. Ja, perfekt. Dann brauche ich dir ja nichts zeigen. Du bist bei der Wettjumpmaster, wa? Wait, wo gehst du hin? Wo soll ich gehen? Entschuldigung. Der Train fährt durch den Tunnel. Ich meine, sure, ich gehe nach da hin. Actually, ich gehe nach hier. Oh, ich bin dead. Ich kann fein mal punchen. Oh, ich bin nur mit 20. Einer hat keine Armour mehr und ich habe generell keine Armour. Oh, ich bin halt so dead, alter. Er chased mich. Oh, nein. Kannst du nicht zu mir ran? Ich versuche es. Bitte lasse ich einfach eine Armour drin sein. Das ist ein Scherz. Das fucking Spitfire-Thing ist so garbage. Okay, ich habe eine Armour. Ja, er ist laut. Er ist fuck. Er ist irgendwo da drüben. Yes, gut, Sir. Okay, ich bin unterwegs. Minus 68. Broke him inside. Ich bin oben. Hinten. Wo ist ein Kollege? Oder hat er keinen? Doch, der kommt jetzt. Ich habe Axt da. Was ist das? Hier ist sowas. Ah, hier. Hat jemand Hammerpunkte? Ey, hier brauchst du sowas. Guck mal. Es gibt Leute, die schwören auf den Spot. Ich finde den so kacke. Ist ja auch ein geiler Spot. Warum? Erklär mir warum. Los. Junge, der Name. Tree, man. Hier. Ist das die beste fucking Sache, die es gibt? Sowas. Okay, in dem Bett. Ja. Die Wingman, hast du auch gesehen? Ich meine, ja, aber nee. Ist der beste Spot. Das ist genau ungefähr an der selben Stelle, wo Water Treatment ist. Es ist halt nicht mal... Water Treatment ist hier. Ja, okay. Ich dachte, wir wären oben vor Ort. Ah, da ist eine Respond. For whatever reason. Ja, das ist aber ganz weit hinten. Stop ahead. Wir müssen stehenbleiben, Moritz. Ey, wenn du sagst, Tree is this, dann können wir ab jetzt immer Tree landen und dann Thermal Station into Mirage Voyage pathen. Wenn du sagst, Tree is this, dann ist es der Tree. Ich brauche einen Bugpack. Ich brauche einen besseren Bugpack. Alter fucking Shotgun, Sellhausen, Mann. Gibt es hier Hammer Points? Oder werde ich hier verarscht? Ich habe dir Hammer Points gepenkt. Ey, fucking P20. Das ist aber nicht das, was ich will. Kann aber auch Hammer Points nehmen. Dude! Wenn du mir einen Spieler zeigst, der wirklich Main Mosambiks... I second... Oh, nee. Dann gebe ich dir einen aus. Ich habe ihn hit. Goldama, 20. Und der andere blaue da oben. Jetzt wünsche ich dich vielleicht mal. Er ist low, Mann. Stealth. Ich heil mich. Goldama ist broke. Ah, no. Okay, habe ihn. Der andere ist oben. War das der mit Gold? Ne. Ich heil mich. Ich kann schon sterben, Mann. Für schon. Jawohl. Junge. Was ist das? Der hatte drei Gold-Items. Goldhelm, Goldarmor, Goldner Spitfire. Ah, close. Dario, ich habe keine Money. Ich habe nur Wingman. Hier! Die Wrave auch? Äh, also die Wrave ist... Ich habe dir was gebraucht. Motherfucker, braucht keine fucking... Kannst du haben. Wieder in deinem Money. Ich habe es. Okay. Die hatten einen Volt-Key, oder? Wart es? Yikes. Ah, ja, du hättest vielleicht... Das Jump-Hit aufheben sollen. Dabei wird es zurückkommen. Oh, ja, so kann man... Ja, du weißt, ich denke manchmal zu kurz. Kannst du das climbieren? Ja, du kannst, eigentlich. Ich denke. Not even close. Mit... Mit Revenant würdest du hochkommen. Dude. Dude. Du kommst da nicht hoch. Honestly, ich habe genug Schildzellen. Okay, give a shit. Alter, komm hier hin. Hier. Du kannst da nicht hochklettern. Bestimmt ein Weg. Da. Das ist der Weg. Ich werde... Ich werde gegrieved. Ich habe einen Key. Ich weiß aber nicht, ob wir den benutzen, oder? Ich weiß, dass du einen Key hast. Äh, wie willst du den benutzen, doch? Achso, ich bin ein Idiot. Ich habe die Symbole auf der Karte nicht gesehen und dachte, na? Frag, jetzt wollen wir das überhaupt. Willst du überhaupt eine Gold-Auer? Nö. Wenn ich ehrlich bin, nicht. Weil ich brauche noch 74. Gut, dann... Bye-bye, Key. Brauchst du Mad-Kids? Ich habe zwei übrig. Nein, ich habe zwei. Brauchst du Syringes? Ich habe vier übrig. Nö, ich habe acht. Zehn. Zehn Syringes! Brauchst du Schildzellen? Böööö. Acht. Gut. Dass es Charge-Wifel gibt. Der war Richtung Wall-Joom. Bitte, in welcher Richtung? Ja, kommen sie. Sind jetzt oben. Zum Glück gibt es Blatterhund. Oh ja, zum Glück gibt es Charge-Wifel. Die sind rechts. Rechts. Da hinten. Puschen. Blau, Brauch. Parfinder, Brauch. One-Shot. Parfinder ist, one-Shot. Ja, ist gut, Sir. Ich pushe rechts. Jetzt. Jetzt. Parfinder rennt, der ist allein. Oh, das ist, ich bin low. Hast du ihn? Heil dich, heil dich, heil dich, ja. Der Parfinder ist gerannt, der ist low. Okay. Ich habe halt keine Batterien, hast du eine? Danke. Er ist close. Ja, zwei Sekunden. Okay, ich komme. Bin on him. Ist das was brauche? Nee, du gehst nicht weg. Nee, das machst du nicht. Ich gehe hinterher, ich gehe hinterher. Geht die Zipp hoch? Also, das ist richtig kaputt. Wehe, der Blatterhund hat Selfless. Nee, er hat sie. Mach du, mach du, mach du, mach du. Nein, nein, mach, mach, mach. Man kann cancel. Der hat das. So was habe ich schon. Vierer habe ich. Ich brauche Batterien. Das ist ein paar Batterien. Ich habe sieben. Komm mal. Ich brauche Batterien und auf jeden Fall einen Mac, Alter. Ich habe nur einen Einser. Okay. Und eine P20. Alter, ich gehe jetzt hier irgendwie zu Kisten, Mann. Hier muss doch irgendwo eine sein. Ich gehe kurz auf... Verarschweih, vielleicht ist da was. Da. Halleluja, Mann. Und hier. Gut. Na ja, das brauche ich. Perfect. Close. Close. Close oder close? Close. Close. Vielleicht ein Dame, Mann. Was brauche ich denn? Ach, oder bin ich gerade blind? Achso, ich brauche noch einen Steak Money und einen Phönix-Kid. Interesting. Fucking blouse, Mann. Interesting. Du bist fast voll Gold. Ich bin... Full Purple. Squats. 25. Quatsch. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. wird so hoch kommt drauf an wo die gegner sind. Einer ist obendrauf und einer ist hier unten. Hast du ult? gold armer? minus 30 ein paar finder. Lass mal hochgehen. wird schon keiner sein. nice moritz. da oben ist ein portal da unten ist es wieder zurück wo endet das portal unten ja hier und die ist weg gegangen direkt weg vom portal ist stealth gold armer ist fast broke ist broke ich brauche noch 114 damage ich will ich glaube die andere seite auf die andere seite ouch 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 where the fuck are you irgendwo da wo ich ihn nicht sehen kann er heilt sich und er holt ihn hoch ich brauche noch ein bisschen komm der ist immer noch da und ja ich halte mich kurz der andere ist gigalow ich brauche noch 15 54 damage pass auf nicht dass du stirbst ich kann dich da nicht okay ich komme es war der letzte der hat selfless der hat sechs batterien oder doch und ich brauche vier ich gehe da jetzt runter oh das ist der letzte nein man wusste ich gar nicht ich hasse es eh wo zu farmen ich brauche vier ist ja man vier der mit